Hallo meine Freunde, hier ist der Luke und natürlich hoffe ich wie immer, es geht euch gut. Ja, die Battlefield-Beta ist natürlich jetzt schon ein bisschen vorbei. Man konnte das Ganze mal so ein bisschen sacken lassen, rekapitulieren. Und in diesem Video geht's darum, was war gut an der Beta, was war schlecht und was war irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Also noch nicht ganz fertig. Dazu muss man natürlich als erstes sagen, dass dieses Bild von dem Game ein paar Monate alt war. Das haben die Devs auch vorher schon so angekündigt. Das heißt, ganz viele Bugs und Glitches etc. sind wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich schon gefixt. Deswegen lassen wir die mal so ein bisschen außen vor und sprechen eher über größere Probleme, wie zum Beispiel die Performance. Da gibt es nämlich noch einiges aufzuholen und ja, solche Sachen. Da warten wir auch gar nicht lange, fangen wir an mit den Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Und da muss ich einfach sagen, diese Grundstruktur von dem, was wir da präsentiert bekommen haben, finde ich einfach sehr, sehr gut. Und es ist im Grunde das, was ich auch nach dem Battlefield 5 Desaster, ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht mal ein paar Streams von mir verfolgt hat, gesagt habe, dass sie einfach jetzt Battlefield 4 2 machen müssen. Also die zweite Version davon, weil das eigentlich das ist, was die Fans die ganze Zeit haben wollten. Bei Battlefield 1 und Battlefield 5 haben sie sich immer danach gesehnt. Oh, das ist schon wieder so ein erster Weltkriegs-, zweiter Weltkriegs-Shooter. Wir wollen was Modernes. Wieder dieses Sandbox-Gefühl zurück. Und im Grunde haben sie genau das gemacht. Also für mich hat sich das einfach angefühlt wie die zweite Version von Battlefield 4. Natürlich in einem bisschen moderneren Gewand und auch mit nochmal größeren Karten und mehr Spielern. Ich für meinen Teil habe das schon mal so ein bisschen vergessen, während ich das gespielt habe, dass da jetzt eigentlich 128 Spieler, also doppelt so viele wie sonst, auf dem Server rumspringen. Weil die Karte einfach so massiv groß ist, dass sich das schon mal so ein bisschen verliert. Da habe ich auch schon Meinungen zugehört, dass das Leute nicht so gut finden, dass es halt so groß ist. Ich könnte mir vorstellen, das sind eher Battlefield 1 und Battlefield 5 Spieler, weil da war es halt eher nicht so. Das hat sich ja irgendwie alles so ein bisschen verkleinert und jetzt ist die Karte einfach massiv. Ich für meinen Teil finde es super, dass man immer an den einzelnen Punkten bzw. Sektoren so kleine Scharmützel hat, die sich dann über die ganze Karte irgendwie doch verteilt haben. Also es war seltenst der Fall, bei mir zumindest in meiner Erfahrung, dass wirklich überhaupt keiner an einem Punkt war. Es war eher so, dass man sich teilweise die Hälfte der Runde um einen Sektor gekloppt hat. Und zum Beispiel bei diesem C-Sektor oder auch natürlich da, wo das meiste abging bei D an dem großen Raketenhaus. Also gab es da immer einen Kampf. Man musste sich natürlich zwangsläufig am besten ein Auto, irgendein Vehikel organisieren, um zwischen den Punkten herumzufahren. Aber ganz ehrlich, das war schon immer so in Battlefield. Und wer immer zwischen den Punkten hin und her läuft, der muss sich auch meiner Meinung nach gar nicht beschweren, dass er das muss, weil eigentlich so gut wie immer irgendwo ein Vehikel verfügbar ist. Jetzt haben wir sogar die Möglichkeit, uns eins zu rufen per Anforderungsmenü. Wobei hier so ein kleiner Kritikpunkt, ich finde, das müsste noch ein bisschen verbessert werden. Man konnte sich ja in der Beta also einmal diesen Scout-Jeep mit einem MG draufholen oder einen Ranger. Das hat tatsächlich nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hätte. Also da würde ich mir wünschen, dass man zum Beispiel einen Quad so gut wie immer anfordern kann, um einfach zwischen den Punkten hin und her zu fahren, wenn es denn sein muss. Das wird natürlich auch noch ein bisschen mehr Bewegung in die ganze Sache bringen. Aber aufgrund von dieser hohen Spielerzahl war einfach so gut wie immer überall was los, finde ich. Das hatte dann auch teilweise schon was von einem Actionfilm, wenn da Hubschrauber und Infanterie und Fahrzeuge aufeinander geprallt sind und irgendwie alles explodiert und Kugeln durch die Gegend fliegen. Mir hat's gefallen. Kommen wir zu der nächsten Sache, die mir gut gefallen hat. Und zwar sind das die Gadgets von den einzelnen Spezialisten. Also allen voran der Grappling-Hook oder der Enterhaken, Kletterhaken, wie auch immer ihr es nennen wollt, von McKay. Finde ich, ist das irgendwie eine ganz geile Ergänzung für das Spiel. Das eröffnet einem irgendwie ganz andere Möglichkeiten, Leute zu flanken oder auch auf ganz andere Sniper-Spots zu kommen, die man sonst nicht erreichen würde. Also mir macht es Spaß, mit dem Ding Sachen auszuprobieren. Dann hätten wir das Turret von Boris, womit man super irgendwelche Wege sperren kann oder es auch einfach nur als Scout sozusagen benutzt, weil es halt auch Feinde markiert. Ganz nette Gimmicks, die aber auch gleichzeitig irgendwie nicht besonders overpowered sind. Zum Beispiel das Turret, das hätte mich schon gestört, wenn das jetzt so stark gewesen wäre, dass das irgendwie reihenweise Leute niederstreckt. Aber das war, finde ich, überhaupt nicht so. Maria hat ihre Serat-Pistol, mit denen sie Leute heilen kann, wo man sich übrigens zumindest in der Beta, ich weiß ja nicht, ob das sich jetzt noch so fortführt, diese Animation zur Selbstheilung sparen kann, indem man einfach vor sich auf den Boden schießt und drüber läuft. Oder auch in den Weg von Leuten schießt und sie nicht genau trifft, sodass sie da durchlaufen. Dann heiltest du übrigens auch für all die, die das noch nicht herausgefunden haben. Und dann haben wir noch die Drohne von Casper. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, sowas hatten wir natürlich schon in vielen Spielen. Also ich finde es eigentlich eine ganz geile Ergänzung zu dem Game und gibt halt neue Möglichkeiten. Apropos neue Möglichkeiten. Seit diesem Battlefield gibt es ja jetzt dieses Plus-System, in dem man seine Waffen modifizieren kann. Und zwar in Echtzeit, also direkt auf dem Battlefield. Auch das ist eigentlich ganz gut gelungen. Ich finde auch hier gibt es nicht zu große Möglichkeiten, die Waffe irgendwie komplett umzubauen. Also dass man jetzt aus einer Pistole ein Scharfschützengewehr machen kann. Ein bisschen übertrieben dargestellt natürlich. Aber es hat sich doch relativ schnell, für mich zumindest, rauskristallisiert, dass man so eine Einstellung hat, die man immer benutzt. Und dann so vielleicht, wenn man zum Beispiel auf einer offenen Fläche mit einem Sturmgewehr steht, mal sich ein Dreier draufpackt oder so. Aber meine Befürchtung, dass das irgendwie zu overpowered ist und irgendwie das Spiel so ein bisschen kaputt macht, hat sich tatsächlich nicht bestätigt in meinen Augen. Allerdings muss ich sagen, habe ich das jetzt auch nicht wirklich viel benutzt und irgendwie dauernd meine Waffe umgebaut. Wie gesagt, ich hatte da so meine grobe Einstellung. Habe dann zum Beispiel mal das Sniper-Scope ausgewechselt, wenn es doch jetzt eher in einen Close-Ranging-Fight geht. Das war auch gut so, denn ich habe herausgefunden, dass auf dem kleineren Scope, ich glaube ein Vierer ist es in dem Fall, diese Querlinien für die Entfernung doch ultra hilfreich sind. Weil man sich daran viel besser orientieren konnte, als an diesem cleanen anderen Scope. Und irgendwie habe ich dann zum Schluss fast nur noch mit dem kleineren Scope gespielt, eben wegen dieser Entfernungsmesser-Linien. Also alles in allem auch eine brauchbare Ergänzung. Wobei das auch, glaube ich, nicht überstrapaziert wird und ganz gut so ist, wie es ist. Das trifft auch im Allgemeinen auf das Gunplay zu, finde ich. Ich hatte am Anfang die Befürchtung, weil es in den Alpha-Tests und so, in den kleinen Leaks, die es gab, aussah als gäbe es kaum Recoil bei den Waffen. Aber auch die Befürchtung hat sich so ein bisschen in Luft aufgelöst. Also die konnten einfach nur gut gegenhalten und genauso fühlt sich das auch an. Also es ist jetzt nicht ein super neuer, frischer Take auf Gunplay in First-Person-Shooter-Spiel. Keine Ahnung, also auch da fühle ich mich wieder sehr an Battlefield 4 erinnert, was das Gunplay angeht. Auch einfach solide. Kommen wir zum nächsten, was sich für mich auch wieder genau wie in Battlefield 4 angefühlt hat. Und zwar die Helikopter. Mein Favorite, der Little Bird, heißt jetzt Nightbird. Aber er ist wieder zurück und das Fluggefühl irgendwie, keine Ahnung. Die Mechaniken haben noch genauso gegriffen. Muscle Memory war fast schon direkt wieder da. Fühlt sich einfach ganz genauso an wie damals. Obwohl ich da noch gar nicht so auf dem riesen Flugtrip war, hat es mir da auch schon immer Spaß gemacht. Aber ich glaube, in diesem Battlefield wird sich das noch ein bisschen steigern. Und ich werde noch mehr Helikopter fliegen. Macht einfach Spaß, auf Infanterie-Jagd zu gehen. Natürlich ist das was anderes, wenn man auf der anderen Seite steht und über einem Helikopter kreist und man ihn einfach nicht los wird. Das war dann teilweise auch schon sehr nervig. Ob man da vielleicht noch ein bisschen was tweaken sollte, dass vielleicht die Raketen länger brauchen zum Nachladen etc. Ich weiß nicht. Also das fühlte sich schon teilweise sehr unbalanced an. Die Helikopter sind schon sehr, sehr, sehr stark. Zumindest die Raketen. Bei den Gatlings zum Beispiel von dem Kleinen würde ich das noch nichtmals behaupten. Damit ist es schon wesentlich schwerer, jemanden auszuschalten. Und auch andere Helikopter auszuschalten hat einfach unendlich lange gedauert gefühlt mit diesen Gatlings. Also ich würde da in der Balance irgendwie noch ein bisschen was tweaken. Aber grundsätzlich hat es schon sehr viel Spaß gemacht, damit auf die Jagd zu gehen. Ein bisschen traurig war ich über die Jets, ehrlich gesagt. Weil die einfach irgendwie fast schon irrelevant sind für das Spiel. Man hat hier und da mal einen rumfliegen sehen. Aber dieses Gefühl, dass es bei Battlefield 5 oder auch 1 gab, dass sie tatsächlich gefährlich für einen wurden, hatte ich irgendwie nie. Also ich bin auch ehrlich gesagt sehr wenig Jet geflogen. Dann mag das anders sein, weil die sich untereinander wahrscheinlich sehr viel stärker bekämpft haben. Aber das war es auch. Also für mich waren die praktisch nicht existent. Ich denke, das wird sich mit anderen Loadouts und auch Air-to-Ground-Missiles oder Bomben etc. noch ein bisschen ändern, wenn das Spiel mal komplett raus ist. Aber jetzt in der Beta gibt es da fast gar nichts zu zu sagen, weil irgendwie waren die gar nicht existent für mich. Kommen wir noch zu einer Sache. Also es geht jetzt wieder ein bisschen zurück zu Gunplay. Ich wollte da aber einen einzelnen Punkt sozusagen drauf verwenden und das ist das Sniping. Da gab es ja viele Kontroversen rum jetzt im Nachgang zur Beta. Viele fanden es einfach scheiße oder keine Ahnung. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum man das schlecht finden kann, ehrlich gesagt. Erstens, klar ist es viel schwerer als in den vorangegangenen Battlefield-Teilen, weil man ungefähr auf doppelte oder dreifache Distanz teilweise schießt. Also es muss einfach schwerer sein. Ich finde es super, dass es schwerer ist, weil das hebt so ein bisschen das Skill-Sealing von dem Ganzen. Ich finde, snipen sollte halt nicht diese einfache Sache sein, wie sie zum Beispiel in Battlefield 5 war. Wo es, komm schon, es war einfach easy. So, man hatte riesengroße Köpfe im Scope, weil man einfach relativ nah dran war. Konnte sich trotzdem gut verstecken. Also das, naja. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie auf dem Funkturm liegt und auf zwei Kilometer irgendwelche Leute snipet. Schon eher immer mit den Leuten auch ein bisschen das Objective spielend. Aber trotzdem sollte snipen schwer sein und man sollte sich dran gewöhnen müssen. Und irgendwann hat man dann den Faden raus und wie gesagt, zum Beispiel rausgekriegt, dass es mit dem anderen Scope besser ist auf Entfernung ein bisschen, weil man die Querstriche nutzen kann und solche Dinge halt. Ich bin da ein Fan von. Wer anderer Meinung ist, definitiv in die Comments schreiben und natürlich auch warum, nicht einfach nur meckern. Was mir noch positiv aufgefallen ist, dass allerdings nur so als Fußnote am Rande die Fahrphysik, gerade von den kleinen Vehikeln wie Scout, Jeep und Quad, haben mir persönlich irgendwie richtig gut gefallen. Hat sich fast schon ein bisschen wie GTA angefühlt, wie man durch die Gegend sliden konnte und durch die Gegend gesprungen ist mit dem Jeep und so. Also Pluspunkt auch für mich. Kommen wir jetzt zu den negativen Sachen, beziehungsweise die unbedingt noch Tweaking erfordern oder noch irgendwie geändert werden müssten. Als erstes hätte ich da Munition auf meinem Zettel. Wir haben ja in diesem Plus-System zwei oder auch drei, je nach Waffe, verschiedene Arten von Munition. Die Idee dahinter ist, dass man jetzt für Nahkampf, Fernkampf oder halt normalen Kampf die Munition auch immer wechselt. Also man soll jetzt laut DICE, also so haben sie sich das anscheinend vorgestellt, jedes Mal, wenn man in ein Haus geht, die Waffe komplett umbauen. Jedes Mal, wenn man rausgeht, die Waffe wieder komplett umbauen. Habe ich ja am Anfang schon gesagt, das sehe ich irgendwie nicht so hektisch und chaotisch, wie das schon mal ist. Das Problem bei der Munition ist jetzt, dass man das irgendwie komplett auf dann halt drei verschiedene Munitionsarten aufteilt. Also es ist schon hin und wieder passiert, dass man auf einmal keine Munition mehr hat. Oder auch im Squad die Leute dauernd nach Munition gefragt haben, weil einfach keine mehr am Start war. Man kann zwar hier und da welche aufheben von gefallenen Feinden, aber dafür, dass die Attrition eigentlich raus sein sollte aus Battlefield, wie es bei Battlefield 5 war, ist sie meiner Meinung nach dadurch eher schlimmer geworden, als es vorher war. Es gibt ja auch keine Munitionslager mehr, wo man mal hingehen kann an Punkten, um sich neu aufzumunitionieren. Also muss definitiv immer jemand oder am besten man selbst, weil man ja auch schon mal von seinen Squadmates getrennt wird, Munition dabei haben. Was aber in diesen Slot kommt, wo man auch Anti-Air-Missiles oder Raketenwerfer reinpackt. Also das ist so ein bisschen undurchdacht, beziehungsweise so halbgar, finde ich. Zumindest sollte man halt einfach dann für jede Munitionsart genug dabei haben, obwohl ich das sowieso nicht sehe, dauernd die Munition zu ändern. Aber gut, das habe ich ja vorher schon gesagt, dass ich bei diesem Plus-System nicht sehe, dass ich das dauernd umbaue, die Waffe irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt, finde ich. Da müsste man nochmal ran. Genauso unfertig und so teilweise nicht durchdacht oder keine Zeit gehabt, man weiß es halt nicht, ist dieses Specialist-System, was so das Klassensystem ein bisschen abgelöst hat. Im Großen und Ganzen sind zwar so Klassen noch möglich. Wie gesagt, wir haben Casper als Recon, Maria als Medic, Boris irgendwie als Support und dann McKay als Sturmsoldat, beziehungsweise Assault. Allerdings ist so ein bisschen das Problem, dass man jetzt zum Beispiel gar nicht mehr genau weiß, zu wem man laufen soll, wenn man Munition haben will, weil jeder irgendwie ein Crate beihaben könnte, ein Ammo-Crate. Ein weiteres gravierendes Problem damit ist, dass jetzt zum Beispiel auf der russischen Seite, genauso wie auf der amerikanischen Seite, die gleichen, exakt gleichen Spezialisten rumrennen, die man gar nicht mehr unterscheiden kann. Dass man nur noch anhand der UI erkennen kann, okay, hat er jetzt einen blauen Punkt über dem Kopf oder einen türkisen Punkt, besser gesagt, oder einen roten oder halt keinen. Das ist so ein bisschen schwierig, wenn man um die Ecke kommt oder einen ungünstigen Winkel erwischt oder so. Dann ist es mir auch passiert, dass ich erstmal auf den Kameraden geschossen habe, weil man einfach nicht erkennen kann, ob es ein Feind ist oder nicht. Also das ist halt wirklich, wirklich gravierendes Problem, finde ich. Ich hoffe, dass sie da zumindest die Tarnung anpassen, dass, was weiß ich, die Russen wieder blaue Tarnung kriegen und die Amis irgendwie ein normales Fleck tarnen oder so. Was dann wieder andere Probleme hätte, dass die Amis sich besser im Wald verstecken können. Also ihr seht schon, das ist wirklich ein knackiges Problem, was sie da zu lösen haben, diese Identifikation von Freund und Feind. Allerdings geht das Problem noch weiter, denn stellt euch einfach mal vor, ihr habt einen Sanitäter, also Maria, die sich selbst heilen kann mit Ammo-Crate und einer Sniper. Das heißt, da läuft jetzt ein Sniper auf der Karte rum, der unendlich Munition hat und sich die ganze Zeit selbst heilen kann. Äh, nicht so geil, glaube ich. Also ob sich das im nächsten Spiel dann noch weiter durchsetzt mit diesen Spezialisten, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Weil eigentlich hat sich damit Battlefield auch immer so ein bisschen abgehoben von anderen Spielen mit diesem vier oder auch fünf Klassensystem, je nachdem, wie viel es dann mal waren. Und jeder hatte so seine Rolle und eigentlich wurde das auch immer ganz gut durchmischt und es wurde nicht die ganze Zeit das Gleiche gespielt oder von vielen Leuten das Gleiche gespielt. Also das sehe ich ein bisschen, äh, kritisch, was daraus wird. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Natürlich muss man auch noch abwarten, was für neue Spezialisten noch kommen. Das sind ja erst vier der zehn. Äh, also da wird es schon noch krasse Möglichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten aus Gadgets und Spezialisten geben, die bestimmt irgendwie nerven. Also das alles zu balancen, viel Spaß, Dice. Jetzt, äh, beim nächsten Punkt will ich jetzt gar nicht so spezifisch drauf eingehen, aber das Head-Up-Display, was uns Dice da so zusammengeschustert hat, äh, ist irgendwie so ein bisschen seltsam teilweise. Also damit meine ich gar nicht links die Karte oder so, das ist alles in Ordnung. Aber zum Beispiel die Punkte, die man ergattert, sind so rechts irgendwie unten. Also die meiste Zeit hat man gar keine Zeit, da hinzugucken, was für Punkte man gekriegt hat. Irgendwie ist das alles so ein bisschen durcheinander, habe ich so das Gefühl. Außerdem trägt diese türkise Farbe nicht unbedingt zur Visibility bei, besonders. Gerade wenn viel Licht irgendwie da ist oder man vielleicht auch hoch in den Himmel schaut oder so. Das ist alles irgendwie nicht so ganz klar. Manchmal ist der ganze Bildschirm voll mit irgendwelchen Objective-Anzeigen und Freund-Feind-Anzeigen. Manchmal sieht man kaum welche. Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Konstanz bzw. die Übersichtlichkeit. Ein weiterer Punkt ist, dass es irgendwie kein wirkliches Scoreboard gibt am Ende der Runde. So, wo man vielleicht sieht, wie man abgeschnitten hat gegen die 128 Leute. Also ich hoffe mal, dass das einfach noch fehlt und noch dazu kommt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das im ganzen Spiel dabei sein wird. Aber das hat mich so ein bisschen gestört. Jetzt noch ein paar kleinere Sachen, die mir so aufgefallen sind. Als erstes, es gibt keine separaten Keybinds von Helikopter und Jet. Absolutes No-Go. Also ich fliege komplett anders mit dem Helikopter, als ich es mit dem Jet tun würde. Also da bitte auf jeden Fall zwei verschiedene Reiter für machen. Dann Hit-Registry. Scheint mir ein bisschen oft zu sein. Das merkt man vor allem beim Snipen, obwohl es mir overall eigentlich gut gefällt. Aber irgendwas stimmt das schon mal nicht, wenn man denkt, oh, das müsste ein Kopfschuss gewesen sein. Ist aber keiner. Oder es müsste allgemein ein Hit gewesen sein. Hat aber nicht mehr einen Hitmarker gegeben. Da stimmt irgendwas nicht. Genauso wie beim Snipen auch schon mal irgendwas mit der Maus-Sense komisch war. Da kann man aber nur spekulieren. Das fühlte sich nur teilweise ein bisschen komisch an. Visibility. Riesenproblem. Also nicht nur, dass die Leute alle gleich aussehen, sondern auch, wenn der Sturm aufgezogen ist, einfach alle Leute nur noch irgendwie schwarz waren und in Schatten standen. Und also ich habe teilweise gesagt, die Leute, die sich bei Battlefield 5 schon darüber beschwert haben, über die Visibility. Also hier noch schlimmer, finde ich. Aber alles in allem. Hört sich jetzt vielleicht nicht so an, aber ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß in der Beta. Und es heißt Beta nicht umsonst. Es ist eine Beta. Das wird noch verbessert. Hoffentlich bis zum Launch. Und nicht vergessen, es gab noch nie einen nicht holprigen Battlefield Release. Also, fingers crossed, bis zum Ende des Jahres wird es bestimmt ein super Spiel sein. Ja, was sind eure 5 Cent dazu? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, ob ich irgendwas vergessen habe, was mir nicht aufgefallen ist. Oder ihr habt vielleicht noch was anderes erlebt. Ich bin gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, Likes nicht vergessen. Abonnements etc. Ihr kennt den Text schon. Ich bewege mich auf die 1000 Abos zu. Also smash den Abo-Button. Ja, das war's von mir aus. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video oder auch streamen. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017